Schlagerstar Michael Wendler, der soll angeblich eine Million Euro Schulden beim Finanzamt haben. Wie passt es da zusammen, dass er jetzt auf Instagram seine neue Yacht postet, die er sich an seinem Ort, an dem er wohnt, Cape Coral in Florida, gekauft hat? Ja, der Wendler ist in Florida, Cape Coral. Ich bin leider nur im Homeoffice in meinem kleinen Ferienhäuschen in Holland und poste auch nicht protzige Yachten, die ich mir etwa erworben habe. Das tut allerdings der Wendler und deswegen diskutiert ganz Deutschland darüber, wie kann es sein, dass jemand, der angeblich Millionen Steuerschulden hat, sich jetzt einfach so noch eine Yacht kaufen kann? Sind die deutschen Behörden da nicht genügend hinter ihm her? Also zunächst einmal ist ja die Frage, wenn die Medien darüber berichten, dass er ein Millionenvermögen hat, ob er wirklich ein Millionenvermögen hat oder ob die Gelder nicht ganz woanders liegen. Das wollen wir mal Stück für Stück uns anschauen, ob er dort möglicherweise ja selber gar nicht so vermögend ist, wie es denn immer scheint. Er sagt ja auch, wir haben uns eine Yacht gekauft. Und ob er sie sich gekauft hat oder sein Schatzi, also seine Verlobte Laura Müller, die ja über Let's Dance und die Playboy-Auftritte sicherlich auch ein ganz ordentliches Vermögen anhäufen konnte, das geht aus den Medienberichten nicht hervor. Fakt ist jedenfalls, dass Wendler selbst eine sogenannte eidesstattliche Versicherung schon vor einiger Zeit abgegeben hat, einen sogenannten Offenbarungseid. So hieß es jedenfalls früher. Und in dieser Versicherung versichert man, dass man kein Geld mehr hat und eben seine Schulden nicht mehr bezahlen kann. Und insofern sollte er damals besser nicht gelogen haben, denn eine falsche eidesstattliche Versicherung zieht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren vor. Und in der Presse wird deswegen auch vermutet, dass seine Freundin, die Laura Müller oder seine Verlobte, das Boot gekauft haben könnte. Denn dann sind Schulden von Wendler völlig egal. Um es einmal mit dem Text seiner Lieder, der einzige, das einzige Lied übrigens, was ich von ihm kenne, zu sagen. Und dann vielleicht noch der Hinweis, die Plattenfirma von Michael Wendler läuft auch über seine Tochter. Das heißt auch da, die Einnahmezahlen zählen nicht zu seinem Vermögen. Da muss man auch noch gleich mal analysieren, wie dann Gelder noch wieder an ihn vielleicht zurückkommen können und ob das alles irgendwelche Steuertricks sind. Je unübersichtlicher jedenfalls die Einnahmesituation wird und je mehr sich das Ganze in die USA verlagert, umso schwieriger wird es naturgemäß auch für den deutschen Staat hier noch darauf zugreifen zu können. Die Möglichkeiten, die Deutschland hat, die liegen natürlich auf der Hand. Das Finanzamt kann Kontenfendungen durchführen, man kann sogenannte Sachfendungen durchführen. Wenn er also hier jetzt mit dem Auto einen dicken Ferrari rumfahren würde, könnte man dem den Ferrari wegnehmen. Und man bräuchte vor allen Dingen seitens des Finanzamtes nicht erst irgendeinen richterlichen Beschluss, um diese Forderung zu vollstrecken, sondern man kann dort unmittelbar als Finanzbehörde vorgehen, wenn man sieht, hier ist noch Geld offen. An das Boot kommen die nicht ran, das gehört ihm dann ja offenbar nicht. Und was auch in den Medien schon in der Vergangenheit herausgekommen ist, da ist, dass der Wendler offenbar mit dem Finanzamt verhandelt hat, und das ist durchaus möglich, dass man sich auf Ratenzahlungen oder Stundungen einigt. Das heißt, möglicherweise läuft das alles ganz korrekt. Der Wendler zahlt von dem Einkommen, was er hat, was auch immer da an Geld irgendwo herkommt, ich meine, seine Leader sind ja nicht ganz unerfolgreich, immer seinen Teil ans Finanzamt. Das ist soweit happy damit. Und dann tauchen Boote auf oder Autos, aber die werden ihm geschenkt oder das Boot gehört vielleicht gar nicht ihm. Selbst wenn er sagt, wir haben uns ein neues Boot gekauft, ist vielleicht die rechtliche Eigentümerin dann eben seine Freundin. Bezüglich der Plattenfirma, die, das hatte ich eingangs gesagt, gehört seiner minderjährigen Tochter, der 17-jährigen Tochter, das Ganze spielt sich dort auch in den USA ab. Naja, und natürlich kann man das so machen, wenn die großen Gewinne bei der Tochter jetzt hängen, ist das erstmal das Vermögen der Tochter und nicht das Vermögen von Wendler. Ja, spannend wäre dann, ob Gelder davon wieder zu ihm zurückkommen. Das müsste man dann schauen. Da gibt es dann Freibeträge, wie viele Schenkungen seitens der Tochter an dem Vater überhaupt nur möglich sind oder was sie ihm alles an Lebensunterhalt bezahlt. Aber wahrscheinlich wird sich der Wendler da gut beraten lassen haben. Und insofern sind das dann offenbar nicht seine Einnahmen, die über die Plattenfirma kommen, sondern Einnahmen der Tochter. Er wird auch noch gewisse Einnahmen erzielen. Davon muss er dann seinen Teil ans Finanzamt abgeben. Aber klar, dann kann man sich auch Boote kaufen. Andererseits muss ich auch fairerweise sagen, sollte er sich das Boot gekauft haben und da wirklich noch Millionen auf der Tasche haben und dann damit angeben, würde ich als deutsche Finanzbehörde da auch mal nachhaken. Ich gehe auch fest davon aus, dass die Behörden da jetzt nochmal hellhörig werden, wenn er damit angibt, sich dieses Boot gekauft zu haben. Inwiefern die es dann schaffen, sich mit den US-Behörden zu einigen, das ist nicht ganz simpel. Aber wir bleiben da mal dran. Das Thema fand ich durchaus spannend. Wenn jemand da in der Öffentlichkeit so rumpausaut, was er sich alles kauft, in Wirklichkeit aber ein Offenbarungseid, also eine eidesstattliche Versicherung abgegeben hat, dass er gar kein Geld hat, dann geht das nicht. Also das wäre tatsächlich strafbar und würde ihn dann auch ins Gefängnis führen. Also insofern, nach der Sachlage müsste der Wendler immer noch nicht über das große Vermögen verfügen, um sich solche Yachten kaufen zu können. Wir bleiben dran, so wie die Medien sowieso. Und wenn es da juristisches Neues gibt, halten wir euch auf dem Laufenden. Deswegen lasst gerne ein Abo da, dann werdet ihr auch darüber erfahren, über diese wichtigen Dinge, die gerade neben Corona so ein bisschen die Welt beschäftigen. Danke fürs Zuschauen. Morgen gibt es schon das nächste Video, wahrscheinlich immer noch aus dem Homeoffice in Holland. Bis dann, tschüss und wir freuen euch oder ich freue mich, euch dann wiederzusehen. Bis dahin.